Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir. Etwas unerwartet, aber ich habe vor kurzer Zeit einen Kommentar gekriegt, dass ich doch mal nach Rust gucken soll. Und Rust ist mir durchaus schon bekannt gewesen. Ich war nur bisher davon überzeugt, dass es immer noch keine IDE gibt, auf der man vernünftig arbeiten kann. Und habe dann gesehen, okay, mittlerweile gibt es eine. Und mittlerweile ist Rust auch schon bei Version 1.6, beziehungsweise in der Beta sogar 1.7 und in Nightly 1.8. Das heißt, Rust ist mittlerweile fast ausgereift und fast eine vollwertige Sprache und natürlich immer noch in Kinderschuhen. Es gibt relativ wenig Pakete oder sowas, aber vielleicht treffe ich ja mit diesem Video gerade an jemanden, der dann solche Libraries schreiben kann. Und vielleicht hat dann derjenige auch Lust. Also hoffe ich mal, dass ich damit viele Leute erreiche. Genau, so jetzt zu Rust. Was ist Rust? Rust ist eine Programmiersprache, nicht das Spiel, das meine ich nicht. Und zwar geht es bei der Programmiersprache darum, möglichst sicher zu sein. Also es gibt keine Typfehler mehr, soll es zumindest nicht geben. Es gibt keine Garbage Collection, aber eben ein richtig geiles Typsystem. Und deswegen ist die Sprache auch so interessant. Ich denke, dass die noch ziemlich viel wichtiger werden wird, wenn sie mal ausgereift ist. Und deswegen fange ich gleich mal jetzt schon damit an, irgendwelche Tutorials dazu zu machen. Ich werde die Serie natürlich immer updaten und was auch ganz wichtig für die Leute ist, die mich abonniert haben. Ich pausiere die anderen Serien nicht, ich lasse einfach immer mal wieder ein neues Video dazu raus, wenn ich gerade Zeit und Lust hatte. Und ja, also nochmal zu Rust. Rust hat, wie gesagt, Speicherzugriffsfehler, Pufferüberläufe soll es nicht mehr geben. Sicherheitslücken, die daraus entstehen, sind auch nicht mehr. Es ist funktional, objektorientiert, nebenläufig, alles Mögliche. Und es ist richtig geil, aber es ist nicht ganz einfach und deswegen braucht man dazu Tutorials. Und das möchte ich genau mit euch machen. Wir werden mit logischerweise Rust arbeiten. Deswegen müssen wir das hier jeweils, was ihr halt braucht, müsst ihr runterladen und installieren. Windows läuft wunderbar. Und hier habe ich für euch noch die Visual Rust Erweiterung rausgesucht. Hier oben könnt ihr einfach den Link nehmen. Rust-lang.org slash downloads. Und hier würde ich euch einfach empfehlen, nach Visual Rust zu googeln. Da kommt ihr auf diesen Link von Visual Studio Gallery. Und könnt hier einfach runterladen und installieren. Und dann habt ihr für, Achtung, nur für 2013 und 2015 Visual Studio. Das gibt es kostenlos. Einfach auch danach googeln. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr direkt anfangen. Und ja, dann habt ihr auch eine vernünftige IDI zum Direktprogrammieren. Die Leute, die jetzt hier neu sind und noch nicht irgendwie programmiert haben bisher. Keine Sorge, das, was ich erzählt habe, ist nicht so wichtig. Einfach Visual Studio runterladen. Die Version von 2013 oder 2015. Dann Visual Rust installieren, nachdem ihr Visual Studio installiert habt. Dann Rust selbst installieren oder andersrum. Und dann Visual Studio öffnen. Und dann werdet ihr auf so ungefähr einen Bildschirm kommen, wobei bei euch in der Mitte was sein wird. Und ja, was wir jetzt machen, zeige ich euch alles Schritt für Schritt. Also keine Sorge, es ist absolut für Anfänger gedacht, die Serie. Deswegen nicht verzweifeln. Okay, was wir machen wollen, ist folgendes. Wir wollen ein neues Projekt erstellen. Deswegen gehen wir hier auf File, New Project. Und alles andere braucht uns nicht zu installieren. Hier finden wir unter Installed Templates, finden wir Rust. Logischerweise habe ich schon ein paar Rust-Sachen probiert und gemacht und so weiter. Und deswegen ist es bei mir schon anmarkiert. Und hier, wenn ihr in die Library schreiben wollt, deswegen hoffe ich ja, dass ihr meine Tutorials guckt, geht ihr auf Library. Aber was wir machen wollen, ist eine Application. Und einfach auf OK klicken. Und schon habt ihr euer Hello World schon kreiert. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist auf Start klicken. Und ja, hier speichern sollte man natürlich vorher. Und was wir gesehen haben, war ganz, ganz kurz ein Hello World. Was ich euch in diesem Video noch zeigen möchte und dann ist auch schon wieder Schluss. Wenn ihr F5 drückt, dann kommt ihr genau dahin, wo wir gerade waren. Das ist dasselbe wie Starten. Wenn ihr STRG F5 drückt, dann kommt dieses Hello World. Und es fragt euch danach nach einer Taste, damit wieder geschlossen wird. Das heißt einfach, statt F5 immer STRG F5 drücken und schon habt ihr alles. Ja, das ist auch schon euer erstes Programm. Wir sehen hier eine Funktion Main, die in geschweiften Klammern steht. Und Printline, Ausrufezeichen, Hello World. Ich muss euch nichts sagen, ich werde alles der Reihe nach erzählen. Aber in diesem Video ging es um die Installation und dass ihr es zum Laufen kriegt. Wenn ihr hier auf Start klickt und eine riesige lange Wartezeit habt, so wie ich gerade vorhin, deswegen nehme ich das Video glaube ich zum zweiten Mal auf, dann müsst ihr einfach den PC neu starten, dann sollte es schon funktionieren. Manchmal hat Visual Studio 2015 irgendwas mit dem Fernremote, blablabla, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Einfach neu starten, dann sollte das alles funktionieren. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann logischerweise in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir auch eine PN. Und ja, ich hoffe ihr freut euch genauso auf die Sprache wie ich. Wie gesagt, ist sehr mächtig und ich glaube, die wird noch richtig wichtig. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.